Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Video oder einem kurzen Infovideo. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich war lange weg wieder. A. Keine Lust. B. Übertrieben krank. Jetzt geht es mir besser. Ich trinke jetzt hier noch genug Wasser. Und bald beginnt das Let's Play von Detroit Become Human. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Und wir hören uns. Ciao Leute.